Okay und willkommen zurück zum Let's Play Nox. Also wir waren jetzt in der Kanalisation. Ich habe einer schon eine Aufnahme gemacht, die ist leider aber irgendwie in den Eimer gegangen. Ich weiß nicht, was mit der passiert ist. Deswegen muss ich das jetzt nochmal hier schnell machen, damit ihr auch nichts verpasst. Zum Glück habe ich den Speicherstand nicht überschrieben. Nur schnell speichern. Genau und deswegen werde ich das hier schnell durchmachen. Jetzt kann ich das schon. Genau und unser Auftrag war, wir sollten den Chef... Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht vorgelesen. Das ist nur die Erklärung über die Spinner. Ihr wisst ja, was Spinnen sind. Und ich soll den Chefmechaniker retten, der zu dumm ist, sich selbst zu retten. Da, giant leech, where do you find water, keep an eye out for this black slime parasitic menace. Ja, da bin ich... Ja, nein, das war das nicht. Das... Das sind ja unsere lieben Viecher, die ich... Das ist wie ich im verloren gegangenen Let's Play gesagt hatte, dass ich solche schleimigen, Murmfiecher nicht ausstecken. Schon wieder. Da falle ich jedes Mal auf ein. Lalalala... Da weiß ich mich raten, da kommen drei Spinnerinnen. Oh, ich bin ja gut. Oh, lalalala, weiter geht's. Kleines Tor, Schnellspeichern, voll töten. Da bin ich draufgegangen. Oh nein, das war Sinn oder noch nicht. Verdammt, wo war das? Was macht da ein Leech auf einem... Lift. Okay, egal, du bist tot. Das war aber nicht nett. Voll, ne. Gold. Da bin ich gestorben. Da bin ich einfach gerade rausgerannt, weil ich gedacht hab, mit dem Schalter aktiviere ich diese Dinger, sonst machen die nichts. Und das ist passiert. Spannung speichern. Oh mein Gott. Hab ich Angst. What the fuck? Das ist mich verarschen. Hör's nicht an. Was zum Teufel? Komisch. Das letzte Mal hat es mich umgebracht. Obwohl ich einfach nur durchgelaufen bin. Den Ingeheimdung hab ich auch entdeckt. Das war zugesperrt. Oder muss ich erst den Schlüssel... Ah genau, die erste Begegnung mit einem Skorpion, den ich sofort töckeln kann mit diesem schönen Sturmangriff. Und noch ein Gegengef, weil die Skorpion eine Fies vergiften. Typ Typ hier reden. Hey, it's you, you made the Gauntlet. There are some really big bugs out there. I had to lock myself in while working in the power room. Here, take this key and circle back to the locked gate. Das ist das hier. Da war der schon eine Spinner auf uns. Das ist nicht die einzige. Einzigste. Ich fühl mich schon selber verbessern. Nein. Nein, 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 nein. What the fuck? Normal war da eine fiese Spinne. Weiße Spinne. Jetzt ist sie weg. Und steht gar nichts da. Oh mein Gott. Und der Skorpion war noch das Schmuck. Scheiß Camperspielen warten und warten bis man kommt und dann zu dritt gegen einen. Aber das ist mir egal. Ich bin der Heldgott und was auch immer. Alles was nötiges, um den hier zu retten. 3, 2, 1, 2. Impressive, the way you is dispatched those BDs. Now for our escape. Every S-press elevator to get us out of here. But both of those red buttons must press at the same time. Wait for me to press my switch and then push yours. Okay. Das kann man auch machen. Habe ich irgendwann später bemerkt. It worked. Well, um, wir go first. Ja, ja, noch nicht schon. La, 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 la. Dann wäre das auch geschafft. Thanks, Stars, you're both alive. You'll make a fine fire night, lad. Our renders will be grateful that you brought us a chief engineer back in one piece. Thank you, young warrior. You failed me twice in one day. Ich weiß, ich bin immer so. Kapitel 3. Travel in X. Something is deeply amiss in our land. I need you to travel to X. Now you must seek the mayor, Theogren. It is requested our assistance in dealing with the recent surge of violence in the local creatures. Take these supplies in gold. Go to the shop for any other provisions. Then make haste. The road across this bridge will take you to X. Genau. Das werde ich gleich machen. Ich werde gleich verkaufen, reparieren, einkaufen habe ich nichts gefunden. Zum einkaufen. Schon als das mal gesehen. Deswegen werden wir gleich weitermachen. So, jetzt bin ich vier Minuten schneller als das andere. Das heißt, wir können noch weiterschauen, was uns auf dem Weg nach X überrascht. Take care on the way to X. There have been reports of bandits. Das ist mir egal. Ich bin besser als Bandit. Ich bin besser als Bandit. Ich bin besser als Bandit. Oh ja, das war gerade knallig, dass das mal nur war. Ich esse diese Viecher. So, sind wir hier. Ah, was klingt. Gifft. Ja, tatsächlich. La Rida. Wille nochmal aus. Bam, 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 tot, tot. Außer mal, 46 Kunde, das ist schön, das ist sehr schön. Hm, hm, hm. Ich kann mich noch daran erinnern, vor zwei Jahren. Ja, ich kann mich daran erinnern. Überlegts glauben. Oder nicht, das ist egal. Jedenfalls bin ich nur zu... Oh, nein, 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 nein. Jetzt kann ich mich daran erinnern, dass man für später... Geronimo, oh, oh. So, was, wenn man an die... ...preisen... ...trank verbraucht. Durchspringt, trankt, nimmt, in die nächsten reinläuft und wieder... ...und wieder ernten muss. Oh, komm, wie viel Luft hat dir denn im Bauch. Dankeschön. Das manch wieder ein Schwerteil braucht. Das ist ziemlich gut für bestimmte Gäste. Ey. Nein. Nein, nein, nein. Ich fasse aus die ganze Zeit. Das geht auch nicht. Wow. You can all let those sun rays yell out that immobilize the meek and confused bellcast. Ey, mit dir bin ich auch noch nicht fertig. Der Zauberer ist nur dafür, dass er kleine Einheiten betreibt und der Zauberer daran hindert. Zu Zauberen. Beware of Bandits, during your travels. Ich bin noch gar nicht in X. Ey. You should be proud to serve foreigners in the finals of Doom. Ey, bin ich auch. Ich könnte euch aber alle umbringen. Das könnte ich schnell sprechen. Aber wie? Ein Schild? Ich habe ein Schild? Ist das das Glauben? Nein. Ich habe es aber trotzdem. Gold. Das ist ein bisschen blöd mit dem Aufsand. Es geht immer schwer, weil die Gegenstände schwer zum Anwesen sind. Wölfe? Ey. Mehr. Wie geht das? Oh nein. Ich muss dann leiden. Oh. Das Jaulen war mal traurig. Naja. Jedenfalls sind wir mit dieser Episode auch fertig. Ich hoffe, dass es diesmal geklappt hat. Und wir sehen uns nächstes Mal bei Let's Play Nox. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.